Nächste Rednerin, Dr. Gesine Lötz für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ja nun der letzte Einzelplan vor der Schlussrunde, den wir besprechen. Darum finde ich es auch richtig, diesen Einzelplan in Zusammenhang zu anderen Einzelplänen zu stellen. Ich erkenne da eine klare Botschaft. Das Verteidigungsministerium bekommt 1,5 Milliarden Euro mehr. Das Budget für Bildung, Wissenschaft und Forschung stagniert. Es beträgt weniger als die Hälfte des Militärhaushaltes. Und ich finde, dieser Weg führt zu einer weiteren Militarisierung aller Konflikte. Wir, Die Linke, wir wollen die Verhältnisse umdrehen. Weniger Geld für Kriege, mehr Geld für die Bildung unserer Kinder, mehr Geld für das lebenslange Lernen. Ich will auch an ein Versprechen der Kanzlerin erinnern. Sie hat im Jahr 2008 gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder versprochen, dass 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung von Bund und Ländern einzusetzen sind. Jetzt sind es 9 Prozent. Aber dieses eine Prozent entspricht immerhin 31,3 Milliarden Euro. Und ich finde, dieses Geld könnten wir an Kitas, Schulen und Universitäten dringend gebrauchen, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag steht, dass sie für das Chancenland Deutschland mehr Mittel mobilisieren wollen. Wie es mit den unterschiedlichen Chancen unserer Kinder aussieht, beschreibt der Bildungsbericht 2018. Die Bildungsherkunft ist nach wie vor entscheidend für die Beteiligung an der Hochschulbildung. Von den Jugendlichen aus der größten Bevölkerungsgruppe, den Familien, in denen die Eltern über eine berufliche Ausbildung verfügen, gelangt nur ein Viertel der Jugendlichen an eine Hochschule. Bei Jugendlichen aus Familien, in denen ein Elternteil oder beide einen Hochschulabschluss haben, liegt dieser Anteil mehr als dreimal so hoch bei 79 Prozent. Ich sage, gerecht geht anders, meine Damen und Herren. Nun hat ja der Deutsche Bundestag Mittel zur Verfügung gestellt, oder wird dann beschlossen nachher, zur Gründung eines Institutes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Ihr Ministerium, Frau Karliczek, schreibt dazu Anlass, ich zitiere, sind aktuelle Entwicklungen, die darauf schließen lassen, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die das bestehende politische System nicht mehr unterstützen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, beziehungsweise zur parlamentarischen Demokratie und ihren Repräsentanten auf Distanz gehen. Zitat Ende. Ich sage Ihnen, die Zahlen zur sozialen Spaltung, die können wir doch aus dem Bildungsbericht deutlich ablesen. Die Menschen fühlen sich nicht an den Rand gedrängt, sie sind an den Rand gedrängt. Und hier ist Veränderung dringend notwendig. Wir brauchen also mehr Geld und mehr Personal für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal für Kitas und Schulen und Universitäten. Und damit wir diese Probleme lösen können, darf die Bundesregierung nicht weiter auf der Investitionsbremse stehen. Der Rückgang der öffentlichen Investitionen ist in Anbetracht der beschriebenen Probleme ein echter Akt der Zukunftsverweigerung, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, Sie haben neulich der FAZ ein Interview gegeben. Und daraus will ich ein kurzes Zitat bringen. Sie sagen dort, ich zitiere aus dem Land der Dichter und Denker, muss jetzt vehementer als zuletzt ein Land der Tüftler und Bastler werden. Das, finde ich, ist freundlich gesagt wirklich eine Verniedlichung des Problems. Schauen Sie sich doch einmal die Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Befristete Verträge, Teilzeitstellen, unsichere Zukunft. Erst gestern zum Beispiel berichtete die ARD über die Situation in der Krebsforschung. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen häufig zu Weihnachten nicht, ob im Januar ihr Arbeitsvertrag noch weiterläuft. Und ich finde, so kann man doch mit solchen Menschen nicht umgehen. Und so wurde gewarnt, es ist zu befürchten, dass auf diesem wichtigen Gebiet unserem Land die Fachkräfte ausgehen. Und das, obwohl jährlich immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Meine Damen und Herren, wir können weder auf Dichter noch Denker, auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verzichten. Wir brauchen alle. Und dazu brauchen wir endlich eine Bildungspolitik, die allen Kindern und Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen während ihres Berufslebens echte Chancen bietet. Und dafür bietet der Haushalt zu wenig. Ich setze darauf, dass wir im Haushalt 2019 starke Korrektur führen nehmen. Vielen Dank. Gesine Lötzsch war das für die Linksfraktion, ihre Kritik an den Schwerpunkten im Haushalt für Bildung und Forschung. Weiter geht es jetzt mit...